Ist denn heute schon Weihnachten? Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Video! Seht es euch an! Tadaaa! Der Weihnachtsmann war da und hat mir Geschenke da gelassen! Wunderschöne Hoodies und T-Shirts und... Oh mein Gott! Das ist da! Und ich werde es öffnen! Oder werde ich das öffnen? Oder das oder das oder das? Also, mein Merchandise ist da! Ihr werdet unten in der Videobeschreibung einen Link sehen, da könnt ihr euch den Merchandise original online und direkt anschauen. Und ich habe ihn hier noch originaler, weil er ist ja bei mir gerade hier gelandet. Und ich habe auch schon ein T-Shirt ein, ein Merchandise-Shirt. Ihr könnt euch das Ganze jetzt einmal hier ansehen. Da haben wir... Tadaaa! Also, wir haben ein paar Hoodies. Hier bekommen einen in einem wunderschönen, knalligen Rosa. Könnt ihr ihn sehen? Das ist er! Ein Alles-Käse-Logo! In welcher Größe? Das sieht so mega groß aus. Das ist eine L! Okay! So sieht eine L aus bei den Sachen. Haben wir aber noch was Kleines? Hier, jetzt muss ich mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwelche kleineren Samples haben oder sowas. Warte mal, das ist ein anderes. Da haben wir ein anderes Logo. Zack! Da bin ich auf jeden Fall mit meinem kleinen Schwein für Schinken. Und, äh, ja, das ist... Was ist das für eine Größe? Sag es mir nicht, ich habe mir da auch eine M! Okay! Wir haben hier scheinbar ganz viele verschiedene Größen bekommen auf jeden Fall. Ähm, einmal in M und was haben wir hier? Das Ganze haben wir auch noch mal schwarz, sehe ich gerade. Und was wir noch bekommen haben in diesem Paket, in diesem wundervollen Paket ist... Ein Stück Plastik? Nein! Natürlich nicht! Es ist nicht dieses Stück Plastik und was es geht, nein! Wir haben tatsächlich auch ein Beispiel bekommen für eine Lampe! Yeah! Eine Lampe, die im Dunkeln leuchtet kann! Und zwar in rot, grün, blau, gelb, türkis, lila, weiß, rot, grün, blau! Läuft das jetzt mal von alleine durch? Irgendwie kann man das auch machen, dass das Ganze von alleine durchläuft! Lauf durch! Lauf durch! Okay! Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben mit der Lampe! Das stelle ich gerade fest! Aber wir haben hier auf jeden Fall einige diverse verschiedene Farben, ähm, die diese Lampe hervorbringen kann. Ähm, es funktioniert quasi wie eine Art Nachtlicht, sodass man sich halt aussuchen kann, was man gerade für eine Farbe, vielleicht in was für einer Stimmung man gerade ist abends und wie man gerne schlafen gehen möchte. Und da leuchtet einen dann dieses wunderschöne, mausige Logo beim Schlafen gehen an! Ich habe mich für Geld entschieden! Gehe also mit der gelben Lampe heute Nacht schlafen! Mal gucken, wie sich das schläft! Äh, werde ich euch auf jeden Fall morgen auf Twitter mitteilen, da könnt ihr mir auch gerne folgen! Jetzt läuft es durch! Wieso läuft es jetzt durch? Was habe ich getan? Okay, ich muss mir das Ganze nochmal anschauen! Wir haben hier unten auch ein Fach für Batterien! Ähm, da kommen Batterien rein! Oder aber, man kann das Ganze natürlich auch ganz einfach per USB-Kabel anstecken! Ähm, also ganz, ganz easy! Seid ihr bereit für das letzte Packet! Im letzten Packet befindet sich etwas, von dem ich natürlich jetzt schon weiß, weil ich hab's ja schon ausgepackt, aber das werden wir jetzt gleich sehen! Und zwar haben wir hier drin die wunderschönen, fantastischen und vergleichlichen Easy Cheesy Autogrammkarten! Leider noch ohne Autogramm, denn ich werde mich jetzt hier hinsetzen und werde alle 500 Karten persönlich und per Hand unterschreiben! Und ihr bekommt diese Karten dann zu eurer Bestellung im Shop geschenkt! Dazu müsst ihr einfach im Shop nach dem Easy Cheesy Hoodie Bundle oder dem Easy Cheesy Shirt Bundle suchen! Wobei ich euch empfehlen würde, im Winter vielleicht eher ein Hoodie zu tragen als ein T-Shirt, aber jedem das seine! Und da bekommt ihr zusätzlich zum Hoodie oder zum Shirt noch einen Poster, kostenlos mit dazu, sowie eine Autogrammkarte! Yeah! Von mir unterschrieben! Heute, am heutigen Tage, werde ich sie euch unterschreiben! Die LED-Lampen werden sogar verlost und zwar 20 Stück! 20 Stück werden bis zum 4.11. verlost! Also wenn ihr jetzt im neuen Shop etwas kauft, dann habt ihr bis zum 4.11. die Chance, an der Verlosung teilzunehmen und eine von diesen megacoolen Lampen zu gewinnen! Checkt den Link in der Videobeschreibung aus! Dort befindet sich der Link zum Merchandise Store! Ich hoffe, dass die Designs euch gefallen! Wie gesagt, an der Verlosung könnt ihr teilnehmen bis zum 4.11. Da findet dann das Special statt! Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen im nächsten Video! Easy sagt Tschüss!